Hoffmann und Vratni strebt nach Präzision und Perfektion. Seit über 40 Jahren jeden Tag aufs Neue. Durch modernste Fertigungsmethoden produzieren wir pro Jahr knapp 1,7 Millionen Fräser aus Vollhardmetall. Innerhalb der EU sind wir damit einer der größten Hersteller. Tradition, Innovation und Qualität sind Grundzüge, die uns bei der täglichen Arbeit definieren. Wir konstruieren Werkzeuge, die perfekt auf Kundenwunsch und Anwendungszweck abgestimmt sind. Nur mit den besten Werkzeugen können Sie die besten Ergebnisse erzielen. Dialog steht bei uns im Vordergrund. Egal ob mit Mitarbeitern, Lieferanten oder mit Kunden. Wir kommunizieren ehrlich, direkt und auf Augenhöhe. Jeder Auftrag wird bei uns mit Leidenschaft und Sorgfalt behandelt. Was macht uns also so besonders? Wir. Wir sind Hoffmann und Vratni.